In den Weiten des Universums, dort wo Tod und Leben in anderen Bahnen verlaufen, geschieht das Unfassbare. Nichts, was ein Menschenhirner denken kann, ist mit diesem Albtraum vergleichbar. Captain? Major? Das ist meine Mitarbeiterin. Was tut ein Roboter, dem das Gehirn eines Menschen eingepflanzt wurde? Wird er ein Mensch? Er bewegt sich! Runterdrücken! Schnell, schnell! Hol Sie sein Gehirn raus! Drücken Sie seinen Arm runter! Ja! Fassen Sie mich nicht an! Ganz ruhig, er wird Ihnen helfen. Nur er kann Ihnen helfen. Oh no! Nein! No! Naftelig! Ich würde jetzt an nichts denken, an gar nichts. Nur an ein kaltes Bad. Kaltes Bad! Glockenze bad. Kaltes Bad! Etwas Unheimliches, Unbeschreibliches erwartet dich in... ...